Es tut mir leid, euch sagen zu müssen, dass das Seminar in der Kirche in Aufschanz nicht stattfindet, weil die Corona-Regeln dagegen verstoßen und weil ich euch kein Ärger einhandeln will mit der Willkür des Staates, die es gerade so agiert, das haben wir beschlossen, Dose und ich, dass wir dieses Seminar hier in unseren Räumen wie eh und je wieder zelebrieren, mit der gleichen Demut, mit dem gleichen Anstand, mit der gleichen Würde, als wären wir irgendwo anders. Jeder, der Vermögelstellen kennt, der weiß, wie tiefgreifend es ist und dass oft das, was draußen am Fernseher passiert, nicht die Realität ist und auch nicht unser Leben verändert. Unser Leben verändert das, was in uns ist, was wir in uns spüren und machen. Und daher freue ich mich über euch, dass ich euch wieder begrüßen darf am kommenden Samstag um 9 Uhr bis um 18 Uhr zu einem spannenden Seminar Familienstellen in den Rückspiegel der Vergangenheit zu betrachten, was dir festhält. Lasse los und fange an zu leben.